Andere Person bin. Kennst du deine Figur persönlich? Nein? Nein? WTF? WTF? Was ist das für ein Bild? You should pull the fucking trigger Pull the trigger Ain't nobody gonna do for you Pull the trigger Hallöche meine Freunde des AIMS Und heute gibt es wieder ein super duper super krasses geiles Video Yeee Und heute haben wir mal wieder was ganz Was richtig interessantes vor Denn heute werden wir Auf die Seite Akinator gehen Das kennt safe jeder von euch Aber das ist nicht alles was wir heute machen werden Denn wir haben heute noch was super krasses vor Denn Letztens mal in den Kommentaren stand drin Dass ich mal Browser Games spielen soll Einfach mal so random Browser Games Und das machen wir jetzt Und wir fangen mit Akinator an Weil Es hieß Dass ich Auch auf dieser Seite zu finden bin Und da bin ich gespannt was da kommt Okay wir fangen jetzt einfach an Spielen Frage Nummer 1 Wurde deine Figur durch YouTube bekannt? Wurde ich durch YouTube bekannt? Ja ich wurde Ja Ja Ich bin auch ein Gamer Das stimmt Mach deine Figur Nein Minecraft spiel ich nicht Nein 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 ich spiel kein Minecraft Redest du manchmal mit deiner Rede ich mit mir selber? Ja gut das ist jetzt Das gibt keinen Sinn Ähm nein ich rede nicht Mit meiner Figur Hat dein Nein ich hab auch noch keine Millionen Leider nicht Spiel deine Figur Hm Also Video ist jetzt nicht Denk mal Sagen wir jetzt einfach mal Wahrscheinlich nicht Langes Haar Nein Nein Ist deine Figur dick? Das kann man Das kann man jetzt so sehen Wie man will Aber ich würde jetzt mal sagen Nein Hat deine Figur ein Gesicht? Hat deine Figur schon mal Nein hab ich nicht FIFA ist scheiße Hat dein Na ich hab Schwarzes Fell Zählt meine Armbehaarung Als schwarzes Fell Dann ja Dann sagen wir einfach mal Ja Nein wir sagen nein Nein Ich frag mich wie lange der braucht Ist deine Figur dunkelhäutig? Nein Zock deine Figur Ja Nein ich spiel kein Clash Royale Doch eigentlich schon Aber ja Kann deine Figur pfeifen? Wahrscheinlich Spielt oder spielt sie denn? Nein ich spiel doch nicht Im Fußballverein Mach deine Figur gute Ja Ich mach gute Videos Oh ja Ja Mh 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 Stop Der ist mega gut Dieser Energie von Rockstar Jetzt kaufen Der ist gerade im Angebot für 90 Cent Jetzt in eurem Rewe vorbeischauen Oder im Edeka vorbeischauen Der ist gerade günstig Der muss man kaufen Hier Der Rewe Der im Rewe ist der sau günstig Ihr müsst da vorbeischauen 90 Cent 90 Cent Ja Wieder 150 Euro mehr Weiter geht's Groß Nee Nicht wirklich Nein Auch nicht Mach deine Oh Ja Durchaus Zwischendurch mal Hat deine Figur Nein Hat deine Nein Kuscheln Ist dein Ja Im Süden Stimmt Figur Ein Troll Ich weiß nicht Das ist Ist deine Figur Immer noch In ihrer Gruppe Was Nein Nein Kann man nicht aus Bayern Ja Nein Ich habe keine Mütze auf Ja Hat deine Figur Das mit FIFA Nein Wieso immer FIFA Trägt Ja Ich trage eine Brille Ich bin aber nicht bei der Polizei Ich habe einen Bruder Hat deine Figur Das mit Spielen zu tun Was heißt mit Spielen zu tun Ich spiele Ja Okay Das geht zu weit Nein Hat deine Figur Ein Nein Hat deine Figur Dicke Finger Nein Würde ich jetzt nicht behaupten Besitzt deine Figur Ein Auto Nein Auch nicht Nein Ich bin auch nicht in England Im Fußballverein tätig Wohnst du und deine Figur Im gleichen Haus Eigentlich ja schon Aber wir sagen jetzt mal Wir gehen jetzt mal davon aus Dass es Dass jetzt ein anderer mich sucht Also nein Reggie Wer ist Reggie Alter Eingereicht von Sauerkraufirn Nein Ich will mich finden Lebt deine Figur Ja Nein Älter als 18 Nein Stammt deine Figur aus deiner Familie Nein Also wir gehen davon aus Dass ich Andere Person Kennst du deine Figur Persönlich Nein Nein Was ist das für ein Bild What the fuck Als ob Von Dentrix Wer ist das Ja Gehen wir mal auf ja Figur siebenmal gespielt What Siebenmal Siebenmal Hä What the fuck Als ob halt Okay Okay Nice Wer auch immer mich eingereicht hat Sehr gut Sehr sehr gut Siebenmal Sehr interessant Alles klar Wir wissen jetzt Bescheid Ich bin auf Akinato Wer mich suchen möchte Okay 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 Dann machen wir jetzt das mit dem nächsten Spiel weiter Denn ich hab da was Ich hab da was super krasses rausgesucht Das ist echt Das ist Das ist Das ist super krass Let's go Wir switchen drüber In 3 2 1 Das finde ich halt echt schon mal nice Das ist also Huiuiuiuiuiui Das ist High Quality Gaming Play Oh So kam jetzt What the fuck Play Oh mein Gott. Was tue ich hier? Okay, ich mache die Musik jetzt einfach mal aus. Die geht einem tierisch auf den Nerv. So, wir fangen jetzt mal an. Was ist das überhaupt? Barbies Food Injury. Hä? Wollen wir nicht gerade? Hä? Wir fangen jetzt einfach mal an. Okay. Bah, was ist denn das? Was ist das? Wir fangen jetzt mal an. Ich denke mal, wir müssen einfach mal die... Wir fangen jetzt einfach mal... Wir machen jetzt irgendwas. Wir nehmen jetzt einfach mal die... Click to remove. Okay, machen wir mal die Musik wieder an. Digga, was hat die getan? Machen wir einfach einen Pflaster drauf. Schon nice. Schon nice. Hä? 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 Was war das denn? Was ist mit ihrem C los? Muss ich da irgendwas machen mit? Hallo? Das Spiel ist... Das Spiel überfordert mich jetzt schon. Ach, da. Ach so, da zeigt es mir sogar... Oh. Oh, das ist... Okay. Das ist sehr interessant. Muss man... Muss man sagen. Ach so. Ah. Ah. Das ist... High Quality Production. Das muss man... Das muss man sagen. Okay. Das ist sehr interessant. Und jetzt? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das denn hier? Lol. Was ist das? Ah, es geht weg. Oh. Nice. Oh. Oh. Ja. Next. Oh, es geht weiter? Good job, Doktor. Oh. Oh, ich krieg grad nen Anruf, was ist das? Hallo? Ähm ja, ja ich bring mich jetzt um. Ja, jetzt? Okay, ja. Also dann, ich bring mich dann jetzt um, okay? Ja, tschüss. You should pull the fucking trigger.